ja und heute ist es mal wieder zeit für runde battlefield nicht wundern spiel nicht allein rio steigt auch gleich noch ein aber erst mal nicht hier am schießen schon direkt wurde das ganz frisch warum stirbt denn der nicht kassett amerika so ist auf jeden fall mal weg wir haben einsatz ziel eroberte mal schauen was auf e so geht wenn er der truppführer was kommt da eigentlich ganz schön harte streuung merke ich gerade das wird nix gleich keinen schuss mehr ich habe auch ein panzer das ist unser panzer gott sei dank hier ist keiner mal einfach die tür zugemacht ziel bärker verlor Ist da was geschossen? Keine Ahnung. Da. Komm nicht drauf, ist zu weit weg. Was sind denn Flugzeuge jetzt hier? Ach Gott, natürlich kommt der andere da gleich. Von der Seite holt er mich. Hier geht's the way. WB. Thank you. Ich muss auf eh schnell zurück. Da habe ich wieder auf. Ja, natürlich. Bin sehr YouTuber. I'm the YouTuber. Kein Scheiß, man. Yeah. I'm joining at your ass. At my ass? Soll ich bisschen twerken oder was? Hab ich's? Hat er ihn? Oh, es gibt Bonus-EP heute. Bonus-EP, Bonus-EP, Bonus-EP. Er nimmt die Bonus-EP. Meine, die gibt's heute. Okay. Dann nimm sie mit. Ich hab schon wieder ein Flugzeug. Wow. Ist er kann's. Doch da. Wieder ein Aereo. Komm in meine Richtung Flugzeug. Komm schon, komm schon, komm schon. Die Automatik. Ich hoffe, dass sie die bald mal nerfen. Okay, meine Waffe mit den meisten Kills, aber die ist einfach zu stark. Ach, warum kommt das Flugzeug nicht in meine Richtung? Ich setze schon mal in der Flack, Mann. Kein Scheiß. Jetzt kommt's. Und von hinten kommt wieder einer. Nein. Okay, ich setze mich da nicht mehr in die Flack. Da kommt jedes Mal von der, von der Spawn immer einer. Dover Flackpunkt. Hier geht's ja grad ab, ey. Ich versuch grad, eh zu halten. Hier ist er nicht drin im Haus, wo ich ihn erwartet hätte. Ach, das kann so an allen Seiten sein. Ach Gott. Das jetzt liegt auf dem Dach, liegt der. Oh, wir haben zwei Panzer zur Verfügung. Sanität erhebt mich nicht auf. Neun Meter, zehn Meter, kommt nicht in meine Richtung, alles klar. Wollte ich nicht warten. Ach so. Ich schreib mal C an. Na ja, mach das mal. Ich bleib hier mal auf E. Du bist zumindest Commander, du kannst Befehle geben. Das ist falsch. So, kriegt er schon wieder da auf dem Dach, ey. Kriegt die Motten. Das ist das Schöne an den italienischen Kräften. Klingt einfach immer nett. Nett. Das klingt nett, meinst du? Ja, das ist allerdings wahr. Aber was man hier für Bonus-EP-Gerder sammelt. Krass. Ich hätte eigentlich den ganzen Tag schauen müssen. Mal ein bisschen Level hier Progress machen. Mal ein bisschen Progress. Ja? Dann will er da, da schreien die EP nach ihm. Ja, ich will es nicht verheimlichen. Ich schreie auch ein bisschen nach den EP. Ach Gott, äh. Wo kann man denn das jetzt alles her? Ach, vom Hügel oben wieder. Diese Sniper in dem Spiel. Einsatzziel Emil. Och, da ist ein Panzer. Hier sind aber gerade auch ein bisschen viele, du. Das ist ein Panzer. Das ist natürlich ganz schön uncool. Wird vielleicht einen Umweg fahren. Wo ist denn der zweite Eingang? Hier bei diesem Bunker. Da ist doch der eine Star. Hier, wovon werde ich den Neger beschossen. Ach Gott, äh. Kommt, Maddox. Sammelt mich auf. Jo, nice one. Wie viele Panzerbüchsen da oben einfach hoch. Oh. Aber ich check hier gerade nicht. Da ist doch... Der Eingang ist doch auch irgendwo unten am Bergdach. Nee, unten ist da... Nee, nee. Auf unserer Seite und auf der anderen Seite. Das ist doch mal noch. No. Ja. Da ist doch... Dann. 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 wenn du jetzt weg von der heilung weg kommt er von links an ja ich hab noch gekillt aber wo ist noch den auf alles gut da sind das ist halt echt der unangenehmste punkte auf der ganzen karte ich habe ihn doch gekillt das verstehe ich nicht ich hasse diesen b punkt ich hasse ihn einfach ja wir gewinnen trotzdem naja weil sie halt nur behalten aber geschützt von sun rock gruppen von hinten viele bomber auch mensch ich habe den ganzen berg hoch gefühlt und dann als einer zehn meter hinter mir dort das fahrt ins panzer auch noch auf die auch ich wollte gerade die verteidigen aber dann sehe ich auch panzer da wo gehen meine schüsse kraften also das verstehe ich weiß reicht denn bitte deren verfickte ach gut 141er pink deren verfickte flack ja unnormal schnell mal den pink wieder richten ich muss mal mit dem motorrad und wohin fahren ok war ich mit aber dann auf dem server viele so einen hohen ping merke ich gerade hast du wieder so einen tschechton server ausgesucht ne ist nie der nüscher aber es ist das denn wie viele kommen denn da jetzt schon wieder ausgestiegen oder wurde es auch nicht ne ne ich bin ausgestiegen Das ist schön. Ja, natürlich. Aber jetzt haben wir ihn gleich. Ja. Ja, sehr witzig. Alter, mit einem Schuss den Panzer da gerade... Nein! Was? Der Panzer hat mein Geschütz auseinandergenommen. Was geht denn das? Der war doch schon immobil. Bzw. er sagt mir schon, jetzt ist es gleich durch. Der hat schon gebrannt. Ach, Mensch, ey. Ich habe mich schon so gefreut, dass ich diesen Panzer daraus wupp. Ach, Mann. Habe ich natürlich gesehen. Wenn Leute einfach Elfservice lassen und Panzer haben, ne? Dann denkst du auch nur so, was für einen. Ja. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Was damit sich da eigentlich gerade vor sehe, Alter? Ach Gott! Was hat der denn? Äh, Wachsoldat, ey. Was für eine krasse Panzerung. Also gut, Wachsoldat, der da unten da drin steht, da hast du ja mal gar keine Chance. Im Rennen mit einem Scharfschützengewehr. Natürlich, glaube ich. N.P., N.P. Ja, Sunny, zwei Sunny in meiner Nähe. Na, hier hilft mich auch, obwohl ich in Deckung liege. Ach, natürlich. Von hinten mal wieder. Ich verstehe das nicht. Ich komme da immer, wo unsere Leute waren. Und auf einmal werde ich jedes Mal, irgendwie schon drei oder vier Mal in der Runde von hinten getötet. Da, wo ich aber fünf Sekunden davor aus der Richtung gekommen bin. Hm. Naja, noch liegen wir ja vorn. Hm. Aber ich würde gerne irgendwo einsteigen, wo ich nicht so einen doofen Laufweg hätte. Ach, egal. Oh Mann, da hast du einen Down und freust dich schon und dann kommt der zweite Idiot danach. Ey, von wo schießt der Typ die ganze Zeit? Ach, da oben. Ich gucke und gucke und finde die nicht. Ja, das ist hier auf der Map halt wirklich anstrengend. Ach, vielleicht kommen wir noch ein bisschen mit dem B ab. Ja. Wobei, die nehmen wir gerade wieder zurück ein. Da ist unten wieder so ein Wachsoldat drin bei B. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Und bei dem Spawn wieder alle, wa? Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Ja, ja, der steht halt unten. Also da vor der Tür so gesehen, lustigerweise. Aber ich komme jetzt von der anderen Seite und werde jetzt einfach mal versuchen mit Granaten den rauszunehmen. Aber der Wachsoldat da unten ist so hyperstark. Keine Distanz. Ich bin jetzt von der anderen Seite. Wow. Warum lebt er mich nicht wieder? Ich bin neben dir. Vielen Dank. Ach Gott. Boah, der Typ, der geht mir auch auf den Keks. Die da unten die ganze Zeit. Und irgendwie kümmert sich nie einer darum, dass da unten mal clear ist, endlich. Verstehe ich nicht. Das ist bei der Map so vorhersehbar, dass da unten in dem Bunker immer welche drin sitzen. Und der wird nie richtig gecleared. Da hat man den Punkt und dann laufen sie weg. Das kann ich nicht nachvollziehen. Naja, gerade eben waren wir nicht mal unten drin im Bunker. Da saß die ganze Zeit noch einer. Ja, ja, genau. Aber da war halt einer, wo wir den eingenommen hatten. Und dann muss halt mal jemand auch noch darunter gehen. Und nicht so, oh geil, Punkt, fertig, tschüss. Das ist ja der Fehler. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt sind sie auch natürlich vorne. Oh Gott, ey. Das ist natürlich jetzt hier hyperanstrengend. Ach Gott, jetzt kam gerade ein Medic. Bumm, 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 bumm. Kassetta medica per te amico Kassetta medica Ach das ist ein Wachsoldat Hinter mir kam wieder der Wachsoldat Der Donner Der nervt mich die ganze Runde eh schon so extrem Nee mittlerweile haben sie alles Die Runde haben er kläglichst hergegeben Und wie gesagt für mich ist hier B Echt ein Schlüsselpunkt und verstehe nicht warum der Unten nicht gecleared wird Alter was da den Berg hoch rennt Ach da sind zwei Wichser man Geht ne Krise Kamu oder scheiße Verkacken Alter MW halt schon wieder Na ja klar Das wird auf jeden Fall los Was ich halt echt interessant finde Dass wir B nicht halten können Aber die Idee Was ja im Prinzip der gleiche Punkt ist Die ganze Zeit dauerhaft haben auch In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat kit verfügbar Kassetta medica per te amico Ich halte jetzt den B-Punkt Ich halte jetzt den B-Punkt Komme was da wolle B-Woff haben wir auch Vielleicht dreht er ja noch irgendwas Ach man ich hasse das immer rennen von irgendeinem scheiß Kassetta medica Die Bücken wegenscheid zu werden Das ist unglaublich Bist du unten oder unten drin? Anders kannst du den Punkt ja hier nicht halten Das ist traurig Ah da kommt schon die Endmusik Nein 18 tickets da kam der bmw leider aus unserer 60 spät gar warum kam er so spät das war der rückstand nicht so groß war ja nur in anführungszeichen 100 tickets schade ich hab den service da noch nicht bekommen nein da war gerade jemand gewesen battle pack abwurm kommen 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 gibt es papa nein 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 naja wenigstens mein rang 18 gemacht 210 kriegs anleihen